Für diese Push-Up-Variation benötigst du eine Stange mit einer Scheibe nur auf einer Seite. Du rollst die Stange von links nach rechts und gehst quasi in eine normale Liegestütze. Umso gestreckter der Arm ist, desto schwieriger wird es. Also umso weiter du nach außen rollst, desto schwieriger wird die Übung. Schau, dass dein Unterkörper möglichst fest bleibt, also bei den Wechseln nicht das Becken von links nach rechts kippt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017